hallöchen zusammen und schön dass ihr wieder mit dabei seid bei einer entspannten runde sons of the forest wir haben hier unser camp schön gestaltet gefällt mir richtig gut hier vielleicht brechen wir dann heute auf wir wollten auf jeden fall noch zum meer wir müssen noch schild print matter besorgen die würde ich ganz gerne auch noch mitnehmen und dann packen wir jetzt mal schädel ein drei stück drei können wir und dann sehen wir mal zu dass wir hier irgendwie gestartet dass wir hier starten können aber dafür brauchen wir wahrscheinlich erst mal ein paar baumstämme und wir wollen jetzt mal den baum hier aber wir haben ein bisschen cool dampf ihr könnt noch schnell was braten hätte ich ja vielleicht auch bock drauf ne lasst uns mal gleich hier oben bleiben bei dem porsche punkt hier so jetzt war wieder eine meiner berühmten startrampen normalerweise würde ich jetzt hier auch denn vielleicht der absprung plattform plan sag ich mal dann müssen wir zweimal zum strand wegen schildkrötenpanzer wir brauchen insgesamt vier stück und drei können wir tragen aber vielleicht machen wir das einfach auch mal gucken späteren zeitpunkt wir kommen auf jeden fall ja noch mal hier zurück um die restlichen schädel abzuholen jetzt geht es dann erstmal richtung mehr und da werden wir dann ein paar schildkrötenpanzer besorgen kurz ein bisschen looten da gibt es ja auch noch ein bisschen was zum looten gel kelvin du arme sau muss den ganzen weg wieder latschen ich mache mir einen schönen und wird schön dahin fliegen mein bester hast du schmerzen halt bleib hier meiner haben wir noch einen hier ich weiß nicht ob das schon reicht zum eigentlich ja dann geht es bergab muss reichen probieren was mal schauen über den see kommen wir müssen ein bisschen schwung holen ein bisschen nach oben stoßen wir dann hier uns irgendwie eine lücke durch suchen ja passt kann man gut durch so und das ist aber auf dem weg zum meer mal wieder das eigentlich kann man da unten ja auch eine abspruchsplattform da kann man gut starten dann richtung feriendomizil der ferienhütte einflug schneise das ging ja schnell kein großer umweg umweg schon aber schon schneller umweg so ja radio brauchen wir auch nicht mehr können wir die leiterplatte mitnehmen ja daran döschen lecker lecker energy drink können wir gut gebrauchen ehrlich gesagt granätchen sehr schön so und zweimal filtration liegen hier noch rum ok dann mal schnell zu den schildkröten unser kleiner chill point hier am meer ach so hier haben wir wasser haben aber voll ok gut so lassen wir mal ein paar stöcke hier wir wollten uns was braten das machen wir jetzt auch mal ja natürlich schlau wenn man alle stöcke weg legt ja so und dann brauchen wir brennholz wir haben doch irgendwo noch brennholz hin gelegt oder hundertprozentig wir haben hier kein brennholz stapel ok egal es reicht uns ja wir wollen nur ein bisschen fleisch braten so und den fisch da haben wir alles einmal abgebraten das nehmen wir jetzt mal mit das ist getrocknet sehr schön so komm mal her meine kleine du kannst mir mal helfen oder von den schildkröten eier da muss ich mal kurz mal schön eierlikör machen so hängen wir auch gleich wieder was auf ne so haben wir das schon gebraten ja sehr schön so dann hauen wir uns mal was rein komm gönn dir den fisch schämen wir so auf und die zwei städten Fleisch die hauen wir uns jetzt erstmal hinter die Bände dann trinken wir gleich noch einen Schluck aus der Schale und dann geht es uns wieder prima und dich brauchen wir leider oh da haben wir nächstes mal Verpflegung hier das nächste Dörrfleisch was wir abholen können so ne Dörrfleisch Vorrat hier man könnte ja auch ne Fischreuse hier ins Meer basteln dann hätte man auch noch Fisch aber den darf man nicht aufhängen da sind die Möwen ganz schnell da es sei denn man baut so ne Pokelscheuche das wäre vielleicht auch noch ne Idee aber na vielleicht doch nicht nein wir sind hier gut versorgt so so wir haben unsere Panzer Fleisch hängt Fleischpüsch haben wir gebraten dann würde ich sagen ab nach Hause beziehungsweise zu Ferienhäuschen ich würde mir jetzt ganz gerne mal ehrlich gesagt ne Seilbahn spannen zu unserem Absprungpunkt ah komm tu dich nicht so schwer heute hä aber doch doch das geht schon so ach so vielleicht sollten wir vorher mal was bauen beziehungsweise was hinstellen ist das schlau wenn man ne ich glaub nicht ich hab grad überlegt wir werden einfach mal wir haben's ja noch wir haben noch Holz hier wir bauen mal an für die Seilbahn wenn man auf der Sprungflaschbaum landet wenn man mit der Seilbahn ankommt ich glaub das kommt nicht ganz so gut sehr gut da hätten wir Brennholz eigentlich ne sehr schön das nehmen wir nachher mit jetzt brauchen wir noch einen Stamm die Seilbahn so nein so doch nicht so das passt dann nehmen wir den mit und bearbeiten den zu Brennholz ja schön ruhig noch jetzt momentan niemand unterwegs der uns stört so ist doch okay kann man so lassen jetzt brauchen wir unsere Seilbahn hier einmal so und das Ganze hier rüber ja das sieht sehr eng aus mit dem Pelsen ne einfach mal testen ja wunderbar das passt wie die Faust aufs Auge dann würde ich sagen jetzt ab Flug und zwar dem Leiter so ja es wird auch langsam Abend ich glaube wir brauchen noch ein bisschen Höhe das reicht uns noch nicht noch ein bisschen höher okay oh oh das war schon sehr eng bei den Bäumchen aber gut wir sind auch relativ hoch mit unserem Base mit unserem Ferienhütchen wir haben uns eine schöne Ecke rausgesucht da sind wir da sind wir doch schon in der Nähe ich würde mal ich würde mal meinen wir müssen schon in den Sinkflug gehen ne ein Pflückschneise ich weiß gar nicht wo ich lang muss ups nach hier nicht so steck weg steck weg den Gleiter äh 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 Oh, Igel-Krabboots haben wir mehr als genug. Oh, hier kann man auch noch mal wieder looten. Sehr schön. Isoband. Ah, hier findet man ja immer Munition. Sehr schön. Druckerharz. Okay, dann mal ab zur Hütte. Ja, wer bist du denn? Nee, 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 nee. So haben wir ja nicht gewettet, mein Freund, ne? So. Da oben ist ja noch einer. Sag mal, ich glaube, es hackt, oder was? Sag mal, hackt es, oder was? Ich höre noch einen? Ich glaub's nicht. Euer Ernst? Komm, könnt ihr gleich im Doppelgemetzel hier. Die waren Zwillinge, die machten alles gemeinsam. Auch wenn es dann mal heißt, für den anderen, ups, da ist grad was weggeflogen. Halt, ich brauch' ich. Okay, dann haben wir soweit alles für den Crack, würde ich meinen. So, ähm, 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 mal rüber. Okay. 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 Also, das Köppchen, das hier weggeflogen ist, das werde ich nie wieder finden. Na gut, okay, dann nicht. Dann nehmen wir dich mal hier. Kollege, hast du mal kurz einen Schädel für mich? So. Okay. Der gibt uns gleich noch ein Schädelchen. Und da müssen wir ja noch welche holen wieder, ne? Da können wir dann auch ganz getrost nochmal hinfliegen. Zu unserem kleinen Camp am See. Aber es ist 4 Uhr, das heißt, es wird langsam dunkel. Dann würde ich sagen, bauen wir hier noch ein bisschen so lange. Schlafen hier. Und, äh, gehen am nächsten Tag dann wieder zurück. Ein paar Schädel abholen. Ja. So machen wir das. So, der braucht hier nur noch einen einzigen, so wie ich sehe. Das ist ja schön. Das finde ich prima. Können wir ein paar Knochen wegpacken. In unser Knochenlager. Wir können mal vielleicht gucken, ob wir ein bisschen was ablegen können. Aber auch hier sind unsere Vorräte wieder richtig voll. Also, wir haben keine Probleme, so was Vorräte angeht und so. Ja, können wir auch mal ein bisschen Trockenfleisch wegpacken. Wieso nicht, ne? So, Fellbatterien. Was können wir hier noch ablegen? Hier, schauen wir mal ins Inventar. Vielleicht noch ein paar Granätchen. Noch ein paar Seile. So, Bomben haben wir auch schon. Seile, Bombenpfeile, alles da soweit. Wir sind wieder gut gerüstet. Wir haben sogar noch fünf Sprengpfeile. Wir könnten uns noch ein paar Sprengpfeile machen. Ich der Meinung. Dann haben wir noch um kurz die vier im Regal. Habt ihr um kurz die vier gesehen? Ja, da. So, Batterien haben wir nämlich auch noch ein paar auf Vorrat. So. Vier Batterien, zwei Stücken Draht und dann die Pfeile. Ja, Sprengpfeile. Gutes Ding. Sag ich nur. Kann man gut gebrauchen. Gerade gegen Mutanten, gegen die Größeren, sind die eigentlich echt geil. So, trink mal ein Schlückchen, und dann schläfst du gleich besser. Dann kannst du noch den Fisch reinhauen. Dann hast du einen vollen Magen. Dann schlafen wir ja heute endlich mal wieder indoor. So. Jetzt gucken wir mal oben. Achso, wir bräuchten ja auch Stein. Dann gib mir doch mal Stein. Vielleicht bauen wir die Baurampe mal rüber auf die andere Seite. Probieren geht über Studieren, sag ich mal. Ja, klappt. Ich überlege gerade hier, wie hier kommt man ja hoch. Dann hat man hier gesagt, eine Terrasse. Hier müssen wir die Seilbahn noch drüber spannen. Da können wir die eine unten eigentlich wegnehmen. Aber da würde ich ganz gerne drüben. Aber da würde ich ganz gerne drüben vielleicht noch eine vernünftige Seilbahnstation bauen. Lass uns das mal lieber machen. Ach, ist ja eine hier. Wunderbar. Dann einmal abmachen. Seilpistole in der Hand. Und dann... Na, ich bin zwar ein Adlerauge, aber drüben die Seilbahn treffe ich so nicht. Das heißt, wir müssen rüberlaufen. Okay, dann machen wir das. So. Sehr schön. Och, das sieht schick aus. Eine schöne gerade Verbindung rüber. So, dann nehmen wir mal noch ein paar Steinchen hier. Ey, Bob. Bob, der Haumeister. Welch seltener Gast hier. Jawollu. Mein Bester. Schön, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast. Beehren sie uns bald wieder. So, komm, gib mir dein Häutchen. So, Wollu. Mal wenn's Abend wird, dann kommen sie, die Mutanten, du. Na, dann kommen sie. So, wir sammeln mal ein paar Felsbrocken ein hier. Schon mal. Und der positive Neemailpack. Man sammelt gleichzeitig noch Stöcke ein. Aber das war's hier jetzt. Erstmal Felsbrocken. Also, nehmen wir uns mal welche mit hoch. Und dann, wir wollten ja eigentlich, glaube ich, die Bände, äh, oben die Decke da so setzen. Dann nehmen wir das nämlich wieder weg hier. So. So, jetzt setzt mal den einen da noch hin, der mich... Die ganze Zeit stört er mich schon. Hier. Da fehlt nämlich einer. So. Okay, meine Lieben. Und dann würde ich sagen, es ist, äh, Abend geworden. Und dann war's das auch für heute, für diese Folge. Danke, dass ihr dabei gewesen wart. Wenn's euch Spaß gemacht hat, gerne liken und kommentieren. Ihr wisst, das freut mich immer. Und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn's hier dann weitergeht. Wir machen noch schön Feuerchen an. Und, äh, wünschen uns allen hier eine gute Nacht. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.